Und damit herzlich willkommen zurück zu Stalker Shadows Journal Bill, wir haben das jetzt noch mal kurz nachgespielt, drücken mal kurz F8, nicht F9, und laufen wir mal kurz weiter, hier sind noch zwei Geg- What? Was habt ihr für Waffen Jungs? Also ohne Scheiße, ich war gerade ein bisschen verwirrt. Das ist aber gerade kranker Scheiße. Da habe ich oft nicht getroffen. Ich habe nur noch fünf schwere Schuss. Einen Schuss habe ich. Habe ich noch. Okay. Waffenwechsel. Leck. Das sind meine Jungs. Ich will die Waffe. Nein, meine Waffe klemmt. Okay. Das ist das Schwimmbad. Das ist auch ein ziemlich bekanntes Wahrzeichen. Also was heißt Wahrzeichen? Eigentlich eher so ein Trauerspiel, weil hier ja gar nichts mehr steht. Sagen wir einfach, das ist sehr bekannt für diesen Ort. So, warte mal. Der Typ stand da oben. Die Waffe ist hier irgendwo runtergeplumpst. Da ist sie. Was für Munition verschießt die? Okay. Alte Scheiße. Einer von uns ist tot. Okay, das ist einfach nur eine coolere, coolere Sniper. Das hingegen hört sich gerade nicht so cool an. Halt deinen Maul. Oh shit. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe vergessen, dass sie so stark sind. Das letzte Mal, wo ich gegen die gekämpft habe, waren die fast harmlos. Okay. Die nerven also immer noch. Haben wir jetzt schon die gehöre Waffe gefunden oder nicht? Ich glaube nicht. Nee. Maul. Maul halt. Verstanden. Du gibst mir das da und das da. Dann mache ich die FAL wieder. Und jetzt nehmen wir das da in der Hand. Und drücken wir ganz kurz nach hier vorne vor. Ja geil, der Junge fällt sogar runter. Machen wir F8. Und sehen, dass die Waffe denen gar nichts anhat. Okay. Ich hätte gedacht, dass die Waffe die weghaut. Wenn ich ehrlich bin. Also entweder ich habe dreimal nicht getroffen, wovon ich nicht ausgehe. Oder die Waffe macht denen einfach null Schaden. Aber das kann ja auch theoretisch so ein Strahlen. Kann doch nur sein. Äh, Schasse. Leck. Die denen einfach keinen Schaden macht. Also wenn du das OP nennst, Freddy. Dann weiß ich aber auch nicht. Also das ist auf keinen Fall OP. Ich habe jetzt ein Problem, dass ich nämlich direkt vor denen stehe. Oder die sind einfach nur krass stark. Also die Waffe ist auf jeden Fall nicht stark. Aber ich wollte den eigentlich auch so machen. Weg. Leck. Dumme Stelle zum Speichern gewesen. Gebe ich zu. Problematisch für mich. Nicht so geil. Nein, nicht lägen. Nein, nicht die Waffe. Nein, auch nicht die. Nein. Nein. Nein, nicht die Waffe. Ich mache... Nein, nicht die Waffe. Jeomme weiterfassionate. Okay Merke Wir haben jetzt schon nicht mehr so viel Munition Und Speichern erstmal Was? Was? Kartoff's Wallach? Maul halten Also Ich verstehe dass da oben irgendwo einer drin sein soll Nein Warte mal Niemand schießt so ohne auf mich Ich hab keine Munition mehr Ich muss gleich auf AK umstellen Was ich eigentlich nicht mehr machen wollte Die Boys sehen natürlich wieder Leute durch Dächer und sowas KI Zweifelhaft Ich würde die KI als zweifelhaft Oh Und diese Zwischenlichthänger ey Ich würde die Ich hätte grad so Angst dass es ne Eine Bombe ist Ich würde die KI als zweifelhaft ansehen Mit ihrem Hä wir gucken durch Wände und sowas Aber dafür sind halt auch manchmal Sachen dabei wo ich mir denke alter Was tust du da? Also bevor Freddy es zusammenfasst Ich fasse zusammen Obwohl ich weiß dass ich gleich auf AK umsteigen muss Nehme ich natürlich keine Munition für ne AK mit Weil ich mich weh am Entweiger Einzusehen dass ich gleich ne AK brauche Ich will nicht wieder mit der AK spielen Die Scheiße Ah Übrigens Der Rummelplatz Hatte ich ja angemäkelt Dass das ein Wahrzeichen von Pripyat ist Naja nicht nur ein Wahrzeichen sondern einfach ein Wiedererkennungsmerkmal Wir müssen noch da haben Der Gruppe folgen ist immer noch da hinten die Quest Ähm die ignorieren wir einfach jetzt mal Drücken hier F8 Hoffen dass wir noch genug Munition für die ganze Scheiße haben Ansonsten müssten wir wieder nach Hause Ah da oben auf dem Dach steht einer Hab ich jetzt gesehen Ich hab erst die Rakete da hinten einschlagen sehen Und dachte mir hä hä was ist explodiert da hinten Und dann so bäm und ich wird tot Halber Part schon wieder zu Ende übrigens Was ich extrem finde Okay wir wissen Da auf Gebäude Ne da auf Gebäude steht jemand Heißt für uns Wir kloppen den Jungen hier weg Na klar Kannst du Kannst du Danke mein Freund Danke mein Freund Ich dachte ich hätte überlebt Hätte ich mich minimal beschwert Hätte ich mich minimal beschwert Mit dein Maul Okay Oh Gott leck Wir sind Da würde ich sagen meine Freunde Oh Was geht denn hier ab Die kämpfen gegen Tierchen Das ist das Militär Sehe ich das richtig Das ist das Militär Ja Und ich hab nicht so viel Munition für diese krasse Waffe Lack Detekted Und wir sind meine Freunde so weit da drüben Wieso ist einer schon tot Der Gruppe folgen Ja Ist doch richtig dass das hier ist irgendwo ne Irgendwo ist ich ein Gegner Kann ich Jetzt bin ich aber auf einer anderen Ebene ne Ja Das ist nicht der Sinn Ich versuchte mal kurz hin zu kommen Ich denke aber nicht dass es irgendwas ist Einfach nur dass es Buggy ist Weil hier wär das Und hier gehts auch nur runter ja Finde ich mega kacke Jungs Okay Keine Ahnung wo die mich hin haben wollen Also ja hier hin Aber was ich hier genau soll Die Gruppe ist schon lange weg Ich hab kaum noch Munition Und wir sollen Weiter da rein Das hier ist auch schon Gruppe folgen ne Ja ich glaub das ist einfach ne Buggy Und ich glaube wir versuchen im Ring zu gehen Das geht Das geht nicht Schade Das hier ist der berühmte Sportplatz von Tschernobyl Kennt man auch Oder kann man auch kennen Wenn man sich ein bisschen mit dem Thema Tschernobyl AKW Kernkraft Kernkraft Kacke Auseinander gesetzt hat Seine geile war fliegt da oben Nein die komm ich niemals ran Ähm Ja wenn man sich mit dem Thema auseinander gesetzt hat Kennt man das alles Oder kann man das zumindest alles kennen Ich kenns alles Ich hab mich sehr viel mit dem Thema auseinander gesetzt Und auch sehr interessiert Und auch sehr interessiert Lag des Todes Spiel ist abgestürzt Ne Hä? Hä? Was ist passiert? Warum lädt das Spiel irgendwas? Ich hab nichts gedrückt Ich hab nicht laden gedrückt irgendwas nichts Will das jetzt einen Cut ziehen? Das hat er noch nie gemacht Ähm Hallo mein Name Fisch Ich nix weiß wo ich bin Wo ich bin Wo ich bin? Ich bin nicht auf der Karte Warum bin ich hier? Warum Was? Ich verstehe gar nichts Der Tote Na nicht der Hä? Bin ich gerade der einzige der nicht versteht was abgeht? Was? Seht ihr mit der Gitarre Ich bin nicht auf der Keine Gehen Ich bin nicht auf dem Also ich fahr jetzt nochmal, bin ich der Einzige, der nicht versteht was abgeht? Leck Also jetzt nochmal, bin ich der Einzige, der nicht versteht was abgeht? Okay, die Helikopter machen mich platt, ich hab gar keine Ahnung was hier gerade abgeht. Warum bin ich in dem Gebiet, wo ich bin? Warum bin ich nicht mehr auf Gartenhof? Ich war gerade noch am Chernobyl-AKW. Was ist das überhaupt? Hä? Hä? Also bis jetzt war das Spiel relativ logisch für mich und jetzt ist es komplett unlogisch geworden gerade eben. Ich versuch mal jetzt in die andere Richtung zu gehen, ich glaub ich hab danach nicht mehr gespeichert. Weiß es nicht. Genau, ich bin hier. Und dann bin ich hier reingegangen, genau. Hä? Ich glaub der war oben. Ja. Okay. Da hab ich nicht gedacht, was hat er reagiert. Weißt du? Das ist nicht so gut. Nicht so gut. Okay. Aber ich hab jetzt noch nicht ganz verstanden, warum ich da gerade eben weg war auf einmal. Das war ein bisschen seltsam. Ein bisschen mehr als ein bisschen seltsam sogar. Würde ich sagen. Da steht einer und... Da steht einer. Habe ich noch ein bisschen Munition für die? Nein. Noch ein bisschen Munition für die. Fünf Schuss. Ist eigentlich zu schade, aber... Okay, die sind komplett uninteressiert davon. Ich bin kurz davor, das wieder zu laden, weil ich gerade so viel Munition für die Waffe verschwendet habe. Nimm ich drei Schuss. Glaub ich drei Schuss? Zwei oder drei auf jeden Fall. Na gut, das ist ein bisschen was wert, ne? Aber irgendwie sind die doch gestorben. Hä? So. Hallo mein Freund. Na? Hör mal. Halt dein Maul jetzt. Du bist asozial. Du bist doch ein bisschen asozial, Junge. So. Jetzt speichern wir. Auch wenn ich gerade gute Munition verschossen habe. Und jetzt sehen wir... Hey! Wir sind... Da! Und wir wollen nach... Wir waren hier, wa? Hier, auf diesem Stück waren wir, glaube ich. Wir wollen nach da. Aber ich... Also normalerweise werden wir gefragt, ob wir in ein nächstes Gebiet gehen wollen. Und dieses Mal nicht. Ist ganz komisch. Aber ich habe uns auch nicht auf der Karte gesehen, ne? Habt ihr uns auf der Karte gesehen? Finde ich nicht. Wir gucken doch mal kurz nach. Ah! Guck mal! Das ist ein Anzeige-Bug. Wir sind da! Kommen wir hier zurück? Wir sind eigentlich nicht da, wo wir rauskommen sollten. Okay, wir können hier nirgendwo hin zurück Gut Die Helis haben mich eben gerade getötet Das heißt, vor denen müssen wir uns in Acht nehmen Zwischendurch mal Können wir hier ran? Nein, wir können hier ran Der Part ist eigentlich schon zu Ende Aber irgendwie ist nichts passiert Das heißt, wir machen heute einen 30 Minuten Part Weil das hier alles ganz, ganz komische Scheiße ist Habt ihr nicht gesehen? Aber wir haben ein bisschen Milizierung für unsere FAL gekriegt Dass ich irgendwie nicht alle auslooten kann, ist mir auch so gut Ich bin ein bisschen Ja, ich bin ein bisschen Das ist auch selbst Wie wir können wir uns in der ganze Zeit Wir müssen jetzt anfangen Wir müssen den ersten Nachdenken, wir können den B-1 Ich bin der B-1, der ein Fehler Ich gehe auf dem B-1 Was ist das? Was macht der denn da? What the fuck? Ich bin nicht mal ansatzweise hier in die Nähe gerannt. Ich bin nicht mal ansatzweise da in die Nähe gerannt. Also der Wind hat mich irgendwie aus einer Million Kilometer angezogen, den man nicht mal gesehen hat. Zum Ende baut das Spiel stark ab, stark ab, ja ja, stark ab. Aber hier sollte man echt nicht lang gehen. Das ist ein Schuss. Okay, das mit den Raketen ist noch so ein bisschen behindert. Die explodieren einfach irgendwo, ohne dass sie wirklich auf dich zielen könnten. Wie mache ich das? Das ist grad ganz komisch. Also die Stelle im Spiel gefällt mir echt nicht so gut. Wenn ich ehrlich bin. Echt nicht so gut. Das ist bis jetzt auf jeden Fall die schlechteste Stelle im Spiel. Ähm. Ich habe mal deine Munition, Bastard. Und ich gehe mal nach ganz hinten durch. Ich laufe jetzt, oh Gott, lag lag lag. Ich laufe halt einfach mal durch. Okay, das geht gar nicht. Dann werden wir einfach umgefräst. Müssen wir warten, bis die ganzen Hedis abgestürzt sind? Weil einer stürzt ja jetzt gerade direkt neben uns ab, nachdem wir gespeichert haben. Hier. Das sieht doch ganz witzig aus. Na ja, ist so ein bisschen elektrisiert. Dann dreht er sich ein paar Mal im Kreis und knallt auf den Boden. Okay, also das ist komplett sinnlos. Gut. Was mit dem da? Werder stürzt auch ab. So und werder. Okay, die anderen Spasten beschießen dann los den blauen nicht. aufhackt. Hä? Zudentlich kommt wieder ein Heli. Hä? Äh? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ach, das ist ganz komisch. Komisch, also gegen die Helis, kann ich mit Sicherheit nix machen, oder? Also sie fangen zwar an zu brennen, aber ich denke nicht, dass ich gegen die was machen kann. Der geht in Orsch. So. Ich spreche leider auch nicht so gut Russisch. Als dass ich die verstehen könnte. Also ich gete mir jetzt die Mumien, ne? Der hat schon nur drei Schuss dieses Mal. Irgendwie ist es auch random, wie viel Munition hier. Ich verstehe es einfach nicht. Also Freddy, wenn ich gerade irgendwas offensichtlich falsch mache, dann bitte ab damit in die Kommentare. Ansonsten beschwere ich mich einfach gerade nur, dass ich es nicht verstehe. So. Oh. Okay, also ich treffe den 25 Mal nicht und dann sofort. Die Dinger fangen irgendwie sofort an zu brennen. Okay, und dann fliegen die irgendwie über mich. Äh, muss ich einfach nur abwarten. Soll ich jetzt einfach von da, wo ich sitze, da zugucken oder so? Ein bisschen fliege und schießen. Brennt. Entschuldigung. Was machen die jetzt hier? Stützt ihr da hinten ab? Brennt auch. Guck mal, jetzt schießt er auch mal Raketen nach da hinten. Nicht auf mich. Okay, der fängt nicht an zu brennen wie alle anderen. Irgendwie. Ich beobachte jetzt erstmal, ne? Ich nehme mal hier die Fahl und dann hier mit dem Visier. Dann habe ich 114 Schuss für die. Die laufe ich mal nach. Das ist ein Einzelfeuer. Okay, die konzentrieren sich jetzt auf da hinten. Und da kommt er wieder. Muss ich da vielleicht hinterherlaufen? Der ist nicht tot. Hä? Also A, wo kommen die Boys her? B, warum war da jetzt auf einmal der Heli, der von links nach rechts flog? Also ich verstehe gerade gar nichts. Ich versuche jetzt noch einmal einfach durchzurennen. Das wäre die offensichtlichste Lösung für mich. Allerdings die schlechteste auch, weil ich habe kaum Munition. Ich muss irgendwo nach hier. Da ist gerade ein Heli abgehoben. Lag des Todes. Und das wird es ja wohl nicht sein, wenn ich jetzt hier einfach durchrenne. Hier stehen... Ich speichere jetzt hier... Nein, ich habe 119 gelockt, Entschuldigung. Ähm, ich wollte da speichern. Ich würde sagen, wir sehen uns da das gleiche Mal wieder. Bis dahin dann, haut rein und tschüss. Bis dahin, 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 haut rein und tschüss.